Aha, ich bin so was, ich hab das zwar nicht mal aufgezeigt, wie es offen ist, ahaha, und wie es geöffnet wird, ich bin so gemein, okay. Leute, willkommen zurück zu The Last of Us on the Generations! Das letzte Mal habe ich laut, döve Herausforderungen gemacht, die schrecklich waren und es laggt. Nimmst du Schaden, es ist kein Ringer mehr für dich zu erleben. Oh, geil. Das hast du ja noch nie gesagt. Schauen wir es uns mal an. Wer ist der Boss? Bitte was saugeil ist. Hä? Ähm... Ähm... Hä? Extraer gefunden! Ja, Leute, das ist nicht aus Sonic... das ist Sonic Colors, oder? Das ist eindeutig Sonic Colors. Hör auf den Körper und schnell an! Nähere dich mit Turbo und greife den Kern an! Hä? 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 Wär? Okay, ja, das ist wirklich eben... Schaut aus wie ein Drache? Ich kenne ihn immer noch nicht. Nähre dich mit Turbo! Ja, und der ist... ...Pollt er sich einfach so weg. Warum darf er das? Ist das hier in irgendwelchen Regeln? In irgendwelche... Ich bin ein netter Boss-Regeln. Hör! Ähm... Haben das jetzt getroffen, oder war das jetzt irgendwie daneben? Ähm. Ich checke jetzt nicht ganz. Was? Äh. Keine... Ich kann noch keinen Wandsprung machen. Ja, schaut mal, Leute. Ich kann keinen Wandsprung machen! Das ist halt mal ein Tempowechsel. Pfff... Los geht's! Das war wirklich der Teil für einen Tempowechsel! Ja, das fühle ich viel angenehmer so. Das schaffe ich wenigstens. Äh, da geht Ringe. Und dann sagen wir genug Ringe. Brenne! Ich seh nicht mal, wo er Brenne macht. Oh. Ach, er macht so eine Kreiselförme. Kreiselförme. So. Er ist der erste Treffer. Das war jetzt der erste Treffer, Leute. Der erste Treffer. Geh, friere! Brenne! Ich hab grad kreativen Wortschatz! Das ist ernsthaft. Ist der Brennen? Okay. Warum? Ich will aber nicht. Na, Mann! Zeit für einen Tempowechsel! Zeit für einen Tempowechsel! Dachte ich mir jetzt irgendwie. Darf ich jetzt einen Warnsprung machen? Danke. Endlich. Ja, wie? Ernsthaft? Ich konnte nix machen, warum laber ich eigentlich nix? Was ist das für ein Let's Plays? Ich... Ich hoffe, das ist nicht der Final Boss. Ich will jetzt noch einen geileren... Ja, jetzt können wir wieder so... Hier treff ich ihn wahrscheinlich wieder einmal. Und dann ist es wieder aus. Komm. Sag wieder Brenne. Ziemlich lustiger. Ach, so kann man also... So kommt man schon näher ran, ja? So kommt man eindeutig schneller ran. Dann hab ich jetzt eine Idee. Oh, oh Gott. Hat er eigentlich auch anderen Tags außer Gefriere, Brenne und Zeit für einen Tempowechsel? Ich hab keine Ringe, oder? Doch, hab ich sogar. Hä? Zeit für einen Tempowechsel. Hast du ja noch nie gesagt. Hä? Ich glaub ich bin zu langsam. Alter wartet schon auf mich, wie nett er ist. Und kurz bevor ich ihn treffe. Oh, tschüss! Aizada, das ist ein Assi. Eintritt. Der kann ich wenigstens treffen. Komm. Zeit für einen Tempowechsel! Ja, ich merk schon. Ich fliege doch durch ihn durch? Hä? Wo bin ich? Das Spiel braucht einen Backfix, denn ich fände das nicht schön. Ich bin doch hindurch geflogen. Und das, äh... Fällt jemand in den schnellen Reim auf schön ein? Äh, ähm, yo. Oh, yeah. Das war wieder eine geile Idee. Ich kann das einfach durch. Das ist auch ein Drecksboss. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es Sunny Colors ist. Nichts gegen Sunny Colors. Doch, alles gegen Sunny Colors. Jo, ich hätte es nicht erwischen können. Danke, Spiel. Komm, bitte sag, verbrenne. Ja, danke. Ich wollte schon immer mal brennen. Ja, ich wollte schon immer mal brennen. Da konnte ich auch ganz viel ausweichen und so, ne? Ja, da konnte ich auch ausweichen. Ja, danke. Stirb doch! Ach, die einzigen Chancen, wenn ich ihn treffen kann, ist es so. Das wird ja ein langer Part. Das wird ein langer Boss, ein langer Part. Das ist das einzige, was ich nicht fadmodisch versuchen werde. Jo, wie? Bitte, erklär mir, wer dich dem ausweichen sollen. Wie? Ist doch unmöglich. Wollen wir jetzt zu schnell oder was das jetzt hinter mich schießt? Ja, ich habe leider kein Leben mehr. Also, ich bin sowieso tot. So. Jetzt treffe ich ihn plötzlich. Was? Ja! Ja! Genau! Greif jetzt den Kopf an, greif den Körper an. Äh... Hallo? Kannst du dich eigentlich entscheiden? Greif den Bauch an! Also, ich habe eine sehr genaue Anforderung, was ich tun soll. Der mischt doch alles durch! Ja, ich bin da! Hopp! Und rennt er weg. Das ist doch so fair. Ernsthaft. Leute. Nee. Nee! Bitte nicht. Greif ihn mit einem Wandsprung an! Ah, dumm! Hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Das sind nur Wände überall. Dumm. Ja, jetzt treffe ich ihn plötzlich wieder. Wann bin ich doch noch hindurchgeflogen? Nö. Nicht nochmal so. Nicht nochmal so, habe ich gesagt. Nö. Los geht's. Nö. Gar nichts geht los. Ist nett, dass du das machst, aber... Ich will jetzt gerade nicht mein Tempo wechseln. Hö, hö! Hö! Warum treffe ich dich jetzt die ganze Zeit, Mann? Kannst du mir das erklären? Was bist du eigentlich für ein Noob? Einmal bist du unschaffbar, dann bist du wieder... Bist du siegbar? Gefriere! So, machen wir es wieder hier oben. Hier ist was. Gar nicht so schlimm, meistens. Hat er mich... Markiert er mich irgendwie? Oh Gott. Ach, er macht halt einfach nur andere Angriffe. Er macht immer genau dasselbe. Okay. Klingt interessant. Das ist so ein neues Spielprinzip. Hab ich gehört. Ähm. Jo, das hätte ich auch machen können. Zeit für den Tempo wechseln. Zeit für den Tempo wechseln. Ja, lass mich raten. Gefriere kommt gleich als nächstes. Die einzige Chance, wie ich ihn treffen kann, ist, wenn er so seitlich geht jetzt, oder was? Das ändert sich jedes Mal, also die Priorität. Ah, probier nicht, ich bin unsichtbar. Also ich war einfach nicht im Bild, genau. Finde ich auch gut. Kann man ihn eigentlich einholen? Ne, kann man gar nicht. Das ist einfach schneller. Zeit für einen Tempo wechseln. Zeit für einen Tempo wechseln. Alter. Eggman. Alter. Wie tief bist du gesunken? Arrgh. Ist das ein Pirat oder wat? Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ist einfach so schrecklich. Los geht's. Ach nee. Das Spiel war so schön. Diese Welt war ruiniert das so. Wieso, Sega? Wieso? Sonst er bricht den Körper. Ist das leichteste. Mach ich dir ehrlich, den Körper zu brechen. Aber ich finde jetzt schon besser, als beim ersten Mal. Das ist gut. Komm mal, ich soweit noch nicht. Er spießt mich auf. Das ist nicht nett. Haben wir das von einer gesagt, dass das nicht sehr nett ist? Dass er damit aufhören soll? Geh doch darüber. Wie schnell muss ich nochmal sein? Jetzt holt er sich auch noch Verbündete dazu. Mitten im Kampf? Ja, komm. Ich hol... Den hol ich mir. Alter. Ich bin so tot. Was? Oh, das ist... Das finde ich wieder kreativ. Das finde ich wieder geil. Komm schon. Wichtig einholen werde, Alter. Oh, ich war in dir drin. So hol ich dich natürlich nicht ein. Okay, das ist jetzt wirklich wieder episch. Wir machen hier freie Fall-Action. Ähm. Jo? Zeit für einen Tempowechsel. Ja. Habe mir schon gedacht, dass irgendwie... Och, das ist wieder kreativ. Also hier haben wir also verschiedene Formen. Drei verschiedene, die sich immer abwechseln. Und der hat halt eine gewisse Trefferanfall. Okay, finde ich gut. Ist nicht schlecht gemacht. Auch wenn der Kampf ein bisschen buggy ist. Ja, ich hätte wieder die Chance, sich zu treffen. Also... Sag mal, es ist Zeit für den Tempowechsel. Oh, ich kann den so treffen. Wieso wusste ich das nicht? Wieso wusste ich das nicht? Ich spieß dich auf. Danke. Nein, Alter, wie? Hä? Ja, okay, Leute. Langsam kommen die Zonen, wo ich einfach nur denke... Was? Teilungsangriff. Das ist kreativ. Au. Den kann ich irgendwie nicht ausweichen. Ich weiß, springen ist schwer, aber... Kann sein, dass ich irgendwie keinen Boost mehr habe. Oh. Er spieß dich auf. Nein, tust du nicht, weil jetzt ist wieder der Wechsel, weißt du? Es ist Zeit für den Tempowechsel. Äh. Ey, man, du bist so nutzlos, ey. Ich hasse diesen Kampf. Ich hasse ihn. Das ist eigentlich alles jetzt seit Planet Wisp. Das ist unglaublich. Oh, ich treffe ihn wenigstens mal wieder. Ich habe gehört, das soll auch positiv sein. Oh Gott. Nein. Nicht Zeit für den Tempowechsel. Oh, das war auch lustig. Ich falle. Ich komme und fall dich zu Tode. Oh Gott. Tod, oder? Bitte. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn man ihn so gekillt hätte. Hallo. Kein Problem. Der Boss war überhaupt kein Problem für mich. Ja. War nicht schwer. Das war fast viel zu leicht. Jetzt ist es versaut, ne? Eine Fresse, Alter. Okay. Ja? Katz ihn. Oh. Oh. Ich glaub's ja nicht. Diesmal sollte ich dich doch schlagen. Oh. Tut mir leid. Hab ich nicht mitgekriegt. Ich schlag dich doch jedes Mal. Na, wirklich. Wir schlagen diesen Kerl ständig. Als wenn es unser Job wäre. Was macht Edmund überhaupt hier? Hast du nicht gesagt, er wurde von dem großen Ding entführt, wegen dem wir hier sind? Oh Gott. Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Ja, jetzt lag es sie da, natürlich. Seht ihr? Er wurde entführt. Das wird ja immer merkwürdiger. Hm. Ich glaub, ich hab ne Idee, ne tollen Plan, wie das Ganze hier abläuft, aber ich behalte es mal für mich. Egg Dragoon besaft. Neue Welt. Wenn jetzt wieder drei neue Zonen sind, dann kotze ich. Nein. Das ist Kran der Finale. Wie es scheint. Ja. Du kannst nur das nächste Gebiet betreten und davor schon. Das ist jetzt die ganze Stimmung ruiniert! Und neuer Kerl. Ja, Sam... Ich hatte doch schon sieben. Ach doch nicht. Jetzt hab ich sieben. Okay. Wir haben alle sieben Kerl, Sammels. Hier ist keine Musik. Ah, Sammeln alle Kerl, Sammels, um die Zahnräder zu operieren. Okay, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei... Sonic... Son... Sonic? Okay, das ist... Wir sind die ganze Stimmung ruiniert! Ich bin so der Stimmungsmacher! Ich bin so der Stimmungsmacher! Ja, ich bin voll der Stimmungsmacher, Alter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei... Sonic Generations! Ich bin so der Stimmungsmacher!